Komm und an eine Mache! Meine Herren! Also in Köln muss ich mal auf das fragen. Aber bei euch kommt das ja direkt. Das wirft mich jetzt etwas aus der Bahn. Ja, natürlich, wenn ihr noch einen wollt, dann tanzen wir euch natürlich noch. Unsere Zugabe, unseren Traditionsdanz. Wir sind die einzige Tanzgruppe in Köln. Hier oben in geschlossenen Räumen mit einem Regelschuh rumrennt. Das ist unser Markenzeichen. Darum tanzen wir euch jetzt unseren Traditionsdanz. Der hat natürlich auch noch einen Namen. Wenn ihr raus an den Himmel guckt und seht die Sternchen mal so funkeln. Jetzt gerade ein bisschen bewölkt. Aber in Holland gibt es ja auch mal schönes Wetter. Und ihr guckt hoch und seht die Sterne funkeln. Da meint man manchmal, die Sterne, die würden tanzen. Und darum haben wir unseren nächsten Tanz. Der Sterne-Danz genannt. Tanzgruppe, schön job! Wir möchten uns verabschieden. Es war ein wundervolles Erlebnis bei euch in Gelen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Feiert noch schönen Karneval. Wir wünschen euch einen schönen Fastener. Wir wünschen euch schöne Ostern. Wir wünschen euch schöne Weihnachten. Wir wünschen euch aber auch einen guten Rutsch ins neue Jahr 2018. Und ich hoffe, wir sehen uns bald gesund und guter wieder. Wir sagen Tschüss zusammen! Eure Zufüß! Dämmhäuser Jahrhäuser Dämmhäuser 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 Musik 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 der Flagerse, Jauh-Lut-Kömmel, Zunft-Müß!